Ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. Wie viel Umsatz haben wir gemacht in den letzten zwei Jahren online? Die Zahl zeige ich gleich. Wie viele Bücher haben wir verschenkt? Die Zahl zeige ich auch. Also, das waren zwei spannende Jahre jetzt. Die Zahl zeige ich auch. Auf geht's von Puerta Plata nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Köln. Zwei Tage Philly Days. Bin sehr gespannt. Und Sonntagabend geht schon wieder zurück. Frankfurt, Santo Domingo und dann mit dem Taxi nach Hause. Angekommen in Frankfurt. Ich glaube, ich habe sechs Stunden geschlafen und ansonsten drei Stunden noch gearbeitet. Das war ein sehr produktiver Flug. Jetzt hole ich mir meinen Wagen. Und heute fahre ich das erste Mal Range Rover Sport. Cool. Ist auch ein gutes Auto für die Karibik. Und heute fahre ich die Karibik. Und heute fahre ich die Karibik. Die Affili Days. Und guck mal hier. Ich habe auch direkt den Initiator, den Gründer, den Ralf Mondt, bevor es losgeht. Hi. Hi, Morgen. Ich bin großer Fan von deinem Podcast. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns auch in Hamburg. Bei der Fälle. Vertriebsarren. Sehr geil. Die Ruhe vor dem Sturm. Dadurch, dass ich der erste Redner bin, bin ich natürlich ein bisschen früher heute hier. Technik klären. Wobei das ist relativ einfacher. Ich habe meine Präsentation vorab schon geschickt. Es sind keine Videos drin. Es sind nur 14 Folien. Ich mache die Hälfte mit der PowerPoint und die andere Hälfte mache ich dann mit Flipchart. Aber einfach ein Gefühl für die Location bekommen, für die Menschen bekommen, das ist gut. Und Vorfreude. Affili Days ist jetzt mein zweites Mal. Das erste Mal war vor zwei Jahren. Der Ralf Schmitz macht das immer nur alle zwei Jahre. Und bist du zufrieden? Bist du happy? Ich bin immer happy. Zufrieden bin ich auch. Ja, jetzt geht es los. Zwei Jahre Vorarbeit. Und jetzt fällt so langsam die Anspannung ab, sagen wir mal so. Damals war ich ja noch mehr der Offliner als der Onliner. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Ralf Schmitz, das erste Kennenlernen war ganz spannend. Das war 2015 im September in Düsseldorf. Dachterrasse eines Hotels im Medienhafen. Es gab so eine Veranstaltung am Abend vor der One-Idea-Mastermind. Vor der ersten Online-Marketing-Mastermind, die ich mitgemacht habe. Und jemand hat mich dann dem Ralf vorgestellt. Ralf hat mir die Hand gegeben und innerhalb von zehn Sekunden war ich abgefertigt. Ja, hier Ralf, das ist Dirk Kreuter, das ist ein Top-Verkaufstrainer. Ralf sagt, jo, hi, und weg war er. Zehn Sekunden, nicht mal, nicht mal. Ja, ich bin zufrieden, Dirk. Vor allen Dingen bin ich zufrieden, dass du da bist. Das freut mich tierisch, da bin ich stolz drauf. Und auch am nächsten Tag bei der Konferenz waren alle doch eher sehr distanziert, weil sie mit mir nichts anfangen konnten. Und erst am Ende, ich hatte glaube ich den vorletzten Vortrag, und erst danach wussten sie, okay, der hat was zu sagen, mit dem können wir uns auch mal unterhalten. Ja, und das war ganz spannend bei der ersten One-Idea-Mastermind. War es sogar so, dass ich dann schlussendlich von 25 Vorträgen den zweitbesten Platz gemacht habe. Und das als Offliner, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ja, so habe ich den Ralf kennengelernt. Vor zwei Jahren dann Teilnehmer. Und ich habe direkt gefragt, Ralf, was muss ich tun, um bei dir auf die Bühne zu kommen? Und dann haben wir das direkt festgelegt. Vor zwei Jahren war ich hier das erste Mal. Niemand kannte mich. Niemand. War absoluter No-Name. Und heute ist es anders. Zwei Jahre. Was sich in zwei Jahren ändert. Ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. Wie viel Umsatz haben wir gemacht in den letzten zwei Jahren online? Die Zahl zeige ich gleich. Wie viele Bücher haben wir verschenkt? Die Zahl zeige ich auch. Also, das waren zwei spannende Jahre jetzt. Ja. Neue Welt. So, jetzt geht's los. Das ist das Zeichen. Birk Kreuter. Wird ein paar Applaus. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe nichts zu sagen. Ich gehe jetzt mal endlich wohin, wo ich die ganze Zeit hinfülle. Der Vorteil ist, wenn du ganz früh dran bist mit dem Vortrag, dass du zwei Tage lang eben nicht alleine irgendwo stehst, sondern dass immer irgendwelche Leute auf dich zukommen. Und vor zwei Jahren konnte ich hier wirklich noch in Cockento rumlaufen. Niemand kannte mich. Und heute komme ich keine drei Meter ohne ein Selfie zu machen, ohne Smalltalk zu machen. Und das ist sehr cool. Also ich genieße das sehr. Das ist schon klasse. Weißt du, Scheiß, ne? Dass ich selbst auf dem Dürersteig noch Fotos machen kann. Ja, das ist doch cool. Affiliate Days. Der Name sagt es schon, es geht um Affiliate-Marketing. Hier treffen sich die, die sowohl als Vendor ein Produkt zu verkaufen haben, als auch die, die als Affiliate ein Produkt vermitteln. Und wir haben mittlerweile 10.000 Affiliate-Partner. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Carsten, der schon seit 15 Jahren bei mir im Team ist, der hat vor ein paar Monaten diesen neuen Job gewonnen, nämlich Affiliate-Manager bei mir im Team. Und der hat diese über 10.000 Partner mittlerweile aufgebaut. Ich habe vor vier Jahren und Alexanderplatz Flaschen gesammelt, um mir meine Domain zu finanzieren und so weiter. Und es ist so, ich habe auch Flaschen gesammelt, um mir Nudeln zu kaufen. Vor vier Jahren. Und mein erstes Ziel war halt, ja, 40 Euro im Tag zu verdienen. Und das sind dann 1.200 Euro im Monat. Nach drei Monaten habe ich das im Affiliate-Marketing geschafft. Nächstes Ziel war 100 Euro im Tag. Habe ich sechs, sieben Monate für geschafft. Auch mit eurer Hilfe. Also danke nochmal, weil die Produkte vom Carsten bzw. vom Diag sind einfach super. Die verkaufen sich fast wie warme Semmel. Was gibt es für Produkte? Es gibt das Produkt, was am meisten verkauft wird. Das ist Entscheidung Erfolg. Das Buch, was ich verschenke. 6,50 Euro Provision für den Affiliate. Dann Sieger zweifeln nicht. Ein ganz dickes Buch. 10 Euro Provision für den Affiliate. Dann natürlich die Vertriebsoffensive, die Tickets. Da liegst du so ungefähr bei 50 Euro Provisionen, die du da verdienen kannst. Und dann haben wir noch einen Haufen anderer Dinge, nämlich Online-Kurse und, 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 und. Jetzt ist mein Ziel 1.000 Euro am Tag. Du hast aber gerade ein Ziel erreicht, habe ich gesehen. Es war irgendwo was im Internet, habe ich gesehen, du hast gerade irgendein Umsatzziel erreicht. Genau, 1K am Tag habe ich jetzt erreicht. 1K am Tag. 1K, also 1.000 Euro am Tag hast du erreicht gehabt. 1.000 Euro am Tag. Aber jetzt, ich bin jetzt ein bisschen verschämt, weil ich habe gar nicht gearbeitet. Ich war auf Weltreise, ich war in Paris, dann war ich eine Woche in New York, zwei Wochen in L.A. Und das habe ich dann halt in L.A. irgendwo, zwischen Santa Monica und Mali, wo habe ich gesehen, dass ich 1K gemacht habe. Das schneiden wir jetzt bitte raus. 1.000 Euro am Tag hast du erreicht gehabt. 1.000 Euro am Tag. 1.000 Euro am Tag. Ihr müsst auch dafür arbeiten, sonst funktioniert das nicht, ne? 1.000 Euro am Tag. Kleiner Tipp vielleicht, wenn ihr den Dirk seine Produkte promotet, geht doch einfach zu Dirk seine Vertriebsoffensive, habt ein Handy dabei, macht ein Video am 1. oder 2. Tag, wie die Vertriebsoffensive war und sagt, hey Leute, das ist echt cool. Sagt aber wirklich die Wahrheit. 3 Sachen, die ihr auf der Vertriebsoffensive gelernt habt von Dirk, macht ein cooles Video, 2 Minuten, ladet es auf YouTube hoch und sagt, hey Leute, der Affiliate oder der Link zum Event, zum nächsten Event ist da und wir sind uns vielleicht auch. Und schon könnt ihr Geld verdienen. Gerade wenn das authentisch ist und ihr sagt wirklich eure Wahrheit. Super. Das ist ein super Tipp natürlich für die Teilnehmer auch. Die Teilnehmer sagen dann immer, ja Affiliate Marketing würde ich gerne machen, aber wie soll ich anfangen? Und super Tipp, ganz einfach das Handy rausholen und einfach Video machen. Normalerweise kosten die Tico 700 Euro. 699, genau. Über den Affiliate Link kriegt ihr wieviel? 99 Euro. Und schon schreiben euch die Leute an und sagen, hey, da wollte ich auch schon mal hin. Oder ja, auch Netzwerken. Also es ist nicht so einfach, Affiliate Marketing. Und gerade auch von Dirk, die Bücher, die sind auch so, hey, ich verschenke das Buch. Und es gibt 6,50 Euro. Das ist geil. Nochmal etwas, also ungefähr 50, 60 Euro am Tag mache ich mit kostenlosen Büchern. Unser bester Affiliate hat im Januar dieses Jahres 22.000 Euro Provision gemacht, der David. Und das Spannende ist, nochmal, vor zwei Jahren bei den Affiliates konnte ich Affiliate Marketing noch nicht mal so richtig schreiben. Und heute haben wir über 10.000 Partner. Und unser bester Affiliate Partner macht 22.000 Euro in einem Monat. Hey, ich feiere das natürlich, dass der sogar Werbung damit macht, dass er der Nummer 1 Affiliate Partner von Dirk Kreuter ist und damit so viel Geld verdient. Denn jeder, der das sieht, überlegt sich, okay, mit den Dirk Kreuter Produkten kann man viel Geld verdienen, wie kann ich das machen? Komm zu uns, partner.de. Alles billiger. Ja. Like den Michael Kunzohr, der hat einen super Kanal auch, oder jetzt bei Instagram auch neu. Übrigens mein Instagram-Kanal ist noch so, so klein, du dürftest auch gerne liken. Okay, das mache ich auf jeden Fall auch. Super. Vielen Dank, Michael. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war der Michael. Coole Sache. Du triffst viele, viele Bekannte auf diesen Veranstaltungen und du kriegst einfach geilen Content. Tausch dich mit Menschen aus, die die gleichen Interessen haben und du lernst auch aus den Gesprächen. Nicht nur drin in der Halle, sondern auch in den Gesprächen draus. Da sind so viele geniale Tipps dabei. Ich kann jedem nur empfehlen. Geht auf Affiliate Days. Gerade Gespräche vor der Bühne in den Pausen. Richtig, richtig interessant. Willkommen zu unserem Affiliate-Partner-Tag. Wir bieten einen Tag an. Das machen wir an dem Freitag vor der Marketing-Offensive. Das ist im Oktober 2018. Und an dem Tag informieren wir im Grunde genommen, was gibt es für Produkte, was gibt es aktuell, was wird es zukünftig geben, was gibt es für Marketing-Strategien und wie machst du das am besten? Affiliate-Marketing, so ein Grundkurs. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hatten wir 200 Anmeldungen und haben es komplett gratis gemacht. Und jetzt beim zweiten Mal wollen wir für die, die noch nicht für uns Umsätze produziert haben, die zahlen eine Eintrittssumme. Und die, die schon einen gewissen Umsatz mit uns gemacht haben, die sind an dem Tag natürlich unser Gast. Das geht dann komplett auf unsere Rechnung. Also wenn du Lust hast zu erfahren, wie geht Affiliate-Marketing noch besser? Oder wie fängst du überhaupt damit an? Dann kommt zu unserem Partner-Tag. Alle weiteren Informationen findest du auf der Partner-Seite. Da findest du auch ein paar Videoeindrücke, was da so abgelaufen ist beim letzten Mal, als wir es in Berlin gemacht haben. Also wenn du erfolgreich bist, werde ich noch erfolgreich sein. Und wenn du erfolgreich werden willst, dann zeigen wir dir gerne, wie das geht. So jetzt fragst du dich natürlich, was hast du gelernt bei den Affili-Days? Ja, als ich hier hingeflogen bin, habe ich natürlich gedacht, geil, ich nehme ein dickes Journal mit, schreibe da bestimmt ein paar Seiten voll. Da steht nichts drin. Warum steht da nichts drin? Ich habe ein, zwei, drei, vier Vorträge jetzt erlebt. Ja, aber eigentlich war ich nur draußen. Ich war in der Lobby, ich war im Eingangsbereich. Ich habe die ganze Zeit Interviews gegeben für YouTube-Kanäle, für Podcasts. Ich habe die ganze Zeit Smalltalk gemacht. Ich habe genetzwerkt. Ich habe meine Kontakte gepflegt. Ich habe Freunde und Kollegen hier getroffen. Ich war nicht wirklich im Raum drin. Also ich kann dir jetzt nichts groß sagen. Aber du weißt, wie das bei mir ist. Ich gehe nie alleine zu einer Konferenz. Ich habe aus meinem Team, glaube ich, fünf Leute dabei. Und ja, die haben hoffentlich aufgepasst. Und die geben mir später ihre Notizen. Und da kann ich nochmal gucken, was war für die wertvoll. Also das ist nicht so schlimm. Ich habe eine andere Rolle, wenn ich hier bin. Meine Rolle ist einfach dann eben für Podcasts und YouTube Content zu produzieren für fremde Kanäle. Deswegen, das ist der Tipp, wenn du zur Contra kommst oder wenn du mich bei irgendeiner anderen Veranstaltung auch triffst und du sagst, hey, komm, wir haben mal kurz zehn Minuten Interview für Facebook, für YouTube, für meinen Podcast. Hau rein. Ich bin da und wir machen das dann. Das klappt wunderbar. wieder zurück zu Hause. Der Flug war ein bisschen länger. 18 Stunden war ich insgesamt unterwegs. Neuneinhalb Stunden Flug. Dann kommst du Ort seit zwei Uhr morgens hier an. Und dann noch vier Stunden mit dem Taxi, weil ich diesmal nicht den normalen Heimatflughafen hatte, gab es keinen Flug. Der ist nur 20 Minuten weg, sondern jetzt musste ich in die Hauptstadt fliegen und Hauptstadt bis nach Hause sind halt vier Stunden mit dem Taxi. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, weil die Motortemperatur ging dann hoch und er musste dann auch anhalten. Der Kühler war kaputt und dann mussten wir warten, bis dass ein anderer Taxifahrer kam und der hat mich dann schlussendlich nach Hause gebracht. Das heißt, zum Frühstück morgens um sieben, kurz vor sieben war ich dann zu Hause und hatte dann noch einen vollen Tag, den ich nutzen konnte. Also von daher alles gut. Ja, so ist das. Aber ich reise gerne. Ja, Taxifahrten muss ich nicht unbedingt haben, aber fliegen ist sehr bequem. Habe ich meine Ruhe, kann lesen, arbeiten, Podcast hören, Hörbücher hören oder Filme gucken. Ich habe übrigens gesehen, The Greatest Showman, ein Musical. Echt gut. Bin ich normalerweise nicht so der Fan von, aber das war echt gut. So und jetzt gibt es hier Mittagessen und viel Spaß beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.